Die Firma Tegarten Pactec ist Hersteller von Verpackungsmaschinen für Süßwaren mit einer ca. 100-jährigen Tradition in Dresden. An diesem Standort befinden wir uns seit ca. 60 Jahren. Das Unternehmen hat 400 Mitarbeiter, davon ca. 60% in der Produktion, also Teilefertigung und Montage, und 40% in der Verwaltung. Wir sind Hersteller von Verpackungsmaschinen für Süßwaren. Unsere Kunden sind alle großen Lebensmittelhersteller, die wir aus dem täglichen Leben kennen und die weltweit arbeiten. Wir haben einen kontinuierlichen Bedarf an jungen Mitarbeitern in der Produktion, also Teilefertigung und Montage. In diesen Bereichen bilden wir die Berufe Zersparnungsmechaniker und Mechatroniker aus. Darüber hinaus von Zeit zu Zeit, je nach Bedarf, weitere Berufe, nämlich den Konstruktionsmechaniker, den Elektroniker und den technischen Produktdesigner. Junge Menschen haben die Chance, nach ihrer Ausbildung bei entsprechenden Noten und guten Abschlüssen in das Unternehmen übernommen zu werden. Damit bieten wir ihnen die Perspektive, in einem technisch anspruchsvollen Beruf ihre weitere Karriere wegzugeben. Das Spannende am Ausbildungsberuf ist die abwechslungsreiche Arbeit. Das Besondere in der Firma ist, dass man direkt mit an den Maschinen arbeiten darf und schon früh in die Produktion mit einsteigen kann. Wenn ihr mehr über uns erfahren möchtet, kommt zum IHK-Aktionstag Bildung. Tech on Praktik findet ihr im Erdgeschoss an Stand Nummer 2. Wir freuen uns auf euch.